Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und wer sich Hamburg anschauen möchte, muss nicht die Tagesausflug zum Musical dafür in Antwort nehmen. Dafür gibt es andere Fahrten, Hamburg-Fahrten oder auch zwei Tage mit Freizeit in Hamburg und keine Tagesfahrt. Weil wir unsere Arbeitszeitvorschriften, das ist so auskalkuliert, dass ich als alleiniger Fahrer diese Tour heute machen kann. Natürlich nur, wenn man so ein bisschen ein paar Richtlinien auch wahrnimmt und einhielt. Und wenn wir unsere Arbeitszeit nicht mehr sehen können, dass wir die Zeit nicht mehr sehen können. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.